In 300 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Ja, weißt du? Komm zurück! Komm, ist Grün auch mal! In der Höhe von Krasse. Das ist ein Mauer. Das ist ein Mauer. Das ist ein Mauer. Da kannst du den Zettel reinlegen. Jetzt kommen wir später hin. Das ist ein Mauer. Das ist ein Mauer. Außen weg und die Seite ist das Mauer. Alles kann man aus, sehr schwerbildlich. Aber früher waren wir die Paule. Die hier kamen. Die Haule. Die Haule. Die Haule. Die Haule. Das sind die Einladung, die wir hier noch abgreifen. So, Brinder. Ja, das ist unsere Schlosswiese. Ne, wir haben auch mal den Boden. Schlosswiese. Denkmalbeschutz. Das ist der Schlosswiese. Das war so ein Wärter. Das wär's. Tschüss.